In diesem Video zeige ich euch, wie Android in die Zukunft schauen kann und was wir daraus lernen können. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, nach dem Intro geht's los. Hallo, ich begrüße euch zu Sandys Diabetes Loop. Ich bin Sandi und ich erkläre euch heute, warum Android APS in die Zukunft sehen kann und was wir daraus lernen können. Es ist doch so, dass wer der eine oder andere diese ganzen Linien hinten raus gesehen hat schon mal, beziehungsweise schon öfter gesehen hat und sich fragt, was diese verschiedenen Farben bedeuten und welche Funktionen sie haben, beziehungsweise, ja, was man damit macht. Ich erkläre euch dann im Prinzip, wozu diese Linien da sind und wie ihr dann diese Linien für euch besser interpretieren könnt und daraus eure Schlüsse ziehen könnt, also, beziehungsweise, wo ihr dann vielleicht das eine oder andere auf euch anpassen könnt. Ich möchte jetzt gar nicht lang drumherum reden. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt gleich mal ans Handy. Nun kommen wir zu den, nun sind wir am Handy und jetzt geht es um die Vorhersagen. Die Vorhersagen ist alles ab dieser gestrichelten Linie, die senkrecht von oben nach unten geht. In meinem Fall sieht man insgesamt drei, eigentlich vier Linien. Man muss ein bisschen genauer hinsehen. Ich zeige es euch auch nochmal mit dem Pfeil. Und zwar, als allererstes, sieht man von unten herkommend, diese hellblaue Linie, das ist der Zero-Temp-Target oder Null-Temporäre-Basal-Ride. Da geht es darum, und zwar wird eine Vorhersage gemacht, in der man davon ausgeht, wie weit der Blutzucker sinken müsste, anhand dessen, was gerade läuft, also sprich, was ein Insulin an Bord ist und so. Und wie weit würde es absinken, wenn man es einfach alles ungesehen, alle Faktoren, die gerade drin sind, ungeachtet aller Faktoren, die man sieht, wie es dabei herauslaufen würde. Ganz leicht drüber ist eine dunkle blaue Linie. Diese ganz leicht dunkle blaue Linie zeigt im Prinzip, zeigt sich die Kohlenhydrate, also was, wie der Verlauf mit den Kohlenhydraten, in Bezug auf das aktive Insulin ist. Die orange Linie, die ihr oben drüber seht, das ist die Kohlenhydratlinie. Also, so würden die Kohlenhydrate sich abbauen, egal, ob ich jetzt was gespritzt hätte oder nicht. So ist im Prinzip grob die Berechnung. Und ganz oben drüber, die, ja, ich nenne es mal Ockerfarbene Linie, die zeigt uns im Prinzip, wie sich der Blutzucker verändert, aufgrund zum einen natürlich der aktiven Kohlenhydrate, des aktiven Insulines und natürlich aber auch aufgrund der aktuellen Sensivität, die einfach eingegeben ist. Die muss ja auch mit berücksichtigt werden. Und ganz oben, oder beziehungsweise man sieht dann so eine durchgehende Linie, die dann ab der gestichteten Linie gelb gepunktet ist, die ganz dünne Linie ist das, die zeigt uns das aktive Insulin an. Also, da sehe ich dann, wie viel aktives, wie lang ist das Insulin noch aktiv, dass ich das letzte Mal gespritzt habe. Diese Linie verändert sich auch immer wieder, je nachdem, wie viel Insulin gerade drin ist, ob SMBs gegeben wurden oder ähnliches. Und das ist natürlich dann auch für uns, wenn wir dann später schauen, kann ich jetzt nochmal korrigieren oder nicht, oder muss ich nochmal korrigieren oder nicht, kann ich jetzt anhand der Linie eben erkennen, okay, ich sehe, dass ich sowieso jetzt in meinem Fall um 11 Uhr kein aktives Insulin mehr drin habe, der Blutzucker sinkt sowieso Stück für Stück ab, also lasse ich das so, um einfach zu vermeiden, dass ich später in einen Unterzucker rutsche. So, soviel zu diesen Vorhersagen, warum Android APS in die Zukunft schauen kann. Jetzt geht es dann im Studio weiter. So, nun wisst ihr, was es mit diesen Linien und der Vorhersage von Android APS auf sich hat. Ich denke, dem einen oder anderen ist auf jeden Fall damit geholfen. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Android APS, Nightscout oder ähnliches habt, unten in die Kommentare. Über ein Abo und einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer, ist klar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Sandis Diabetes Loop. Tschüss!